7 Millionen Liter Ein Mann in Salzgitter hat ein Jahr lang Wasser aus den Wasserhähnen in seiner Wohnung laufen lassen. Insgesamt sind rund 7 Millionen Liter ungenutzt in den Abfluss gelaufen. Die Wohnungsverwaltung rief die Polizei, weil ihr eine Nachzahlungsforderung des Wasserversorgers in Höhe von 10.800 Euro vorlag und sie einen Wasserschaden in dem Mehrfamilienhaus befürchtete. Der Bewohner weigerte sich nach Polizeieingaben zunächst, die Tür für die Polizisten zu öffnen. Später schlug er auf sie ein und verletzte drei Beamte leicht. Sie konnten ihn erst nach dem Einsatz von Reizgas überwältigen. Der 31-Jährige kam nach einer ärztlichen Untersuchung in eine psychiatrische Klinik. Er hatte in den vergangenen Tagen die Abflüsse in der Wohnung derart verstopft, dass in der Folge massive Schäden in dem Gebäude entstanden wären. Bisher war nach weiteren Angaben nur eine Wohnung betroffen, die unter der des Mieters liegt. Angaben zum Gesamtschaden lagen der Polizei nicht vor.